Opa! Jetzt fahren wir natürlich Drei-Länder-Eck-Kärnten. Jetzt bauen wir was auf Italienisch an. Ich schau immer zu... Dani! Du hast Woche für Woche Zeit und du hast noch immer nix aus. Daniele Schinken. Okay, warte, ich werde es übernehmen. Macht es aber mit. Sempre, 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 sempre und... Das kennt man auch. Sempre, sempre und... Boah, singen wir es aber mit. Pizza, Margherita, und Cappuccino. Und Cappuccino. Cappuccino. Ja! Und Cappuccino. 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 Habt ihr noch ein bisschen Energie in die Hände? Setz sie gut drauf! Ab und um in die Hände! Eins, zwei, eins, zwei! Nimm's mir noch! Und so weiss mir weiter! Dann schau' ich mal, was mein Liebster stummt! Das hätt' mir gar nie lacht getun! Der Christian kommt nicht mehr Slowenisch! Pass mal auf, als der noch kommt! Hop, hop! Komm, komm, komm! 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 Komm!